Wie Hanf? Hanf? Ist das verkehrt? Hang ist deutlich besser. Ich glaube, das passt besser. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Europa Let's Plays. Und heute zur 85. Folge nochmal ein paar Städte durch. Und wir waren ja letztens bei Dresden stehen geblieben. Da geht es heute bei Zürich weiter. Und da lege ich einfach mal los. Hier ein bisschen Straße für die Bibel. Wie man auch sieht, ich habe die Stationsabdeckungsfarbe etwas geändert. Weil ich auch den Tipp bekommen hatte, dass die Stationsabdeckung nicht wirklich sichtbar ist. Sehe ich genauso. Von daher gesehen habe ich die jetzt mal abgeändert. Ich hoffe, das Gelb sticht nicht ins Auge, sondern sieht teilweise vernünftig und gut aus. Und ja, da lege ich einfach mal hier los. Das wäre hier einmal die Bibel. Und hier, ja, kurze Brücke, das passt. Und hier einfach Kreuzung. So, jetzt Zürich. Dann können wir gleich runter scrollen. Zürich-Dorf, Linie ändern. So, Feuerwache, Polizeiwache. Löschen. Löschen. Brathaus, Polizeiwache. Kreuzung, Bibo. Brücke, Feuerwache. So, schön im Kreis. Läuft. Wieder eine Bibliothek in Rom diesmal. Also, es wird viel gelesen in der heutigen Zeit. Von 1906. Aber gehen wir weiter nach Warschau. Jetzt haben wir hier eine Überfüllung. Dorfplatz, Rathaus. Also, hier könnte ich dann wahrscheinlich wirklich mehr Fahrzeuge drauf geben. Aber erst mal vergrößere ich hier die Linie. Warum will der da nicht? Kann mir das einer sagen? Jetzt will er doch. Gut. So, und jetzt ist es wieder abgedeckt. Soweit, so gut. Wollen wir da noch? Oh. Hier machen wir Dresden eine Straße draus. Mitte, Rathaus. Oh, da unten ist ja auch noch eine Bibo. So. Jetzt sind wir das hier halt. Da einfach mal Altstadt. Und. Ich glaube Zentrum ist ganz okay. Ach ja, die Hilfe will ich doch gar nicht. Ich will hier das X. So. Warschau. Warschau-Dorf. Wir ändern. Rathaus. Dorfplatz. Also löschen wir das Ganze hier weg. Dresdner Straße. Dorfplatz. Dann Mitte. Zentrum. Altstadt. Feuerwache. Rathaus. Bibo. Und wieder Rathaus. Sehr schön. Das Ganze dann, wenn wir gleich hier sind. So. Das war natürlich deutlich zu weit. Da. Vielleicht mal zwei davon noch rauf. Wobei ich hier auch schauen muss, was da eigentlich gerade so noch drauf ist. Die können wir ausmustern. Jep. So läuft das Ding auch. Warschau haben wir somit auch angepasst. Ab nach Toulouse. Ja. Das bietet sich hier schon wieder an. Wo hier auch ganz schön Verkehr ist. Sehe ich gerade. Mann, 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 Mann. Na gut. Das soll uns mal dann später kümmern. Das reiße ich mal weg. Das ist so blöd manchmal gebaut. So. Wo geht's da lang? Bodauks. Also wäre das Bodaukser Straße hier. So. Und. Ist ja blöd, dass da in der Mitte so ein Kästel frei ist, ehrlich gesagt. So. Das ist jetzt ganz simpel das Zentrum. Und hier Bahnhofsrohrplatz. Das wäre die Linie Dullusdorf. Da haben wir's doch. Das denke ich mal, fange ich ganz von vorne nochmal an, hier das durchzugehen. Ich glaube, das bringt mehr. Rathaus, Dorfplatz, Bodaustraße, Bahnhofsvorplatz, freier Wegpunkt ist falsch. Da. Zentrum, Feuerwache, Polizeiwache. So, jetzt müsste das alles abgekarrt sein. Bitteschön. So. Sakrib. Hat sich auch schon wieder schön entwickelt. Muss man ja zugeben. Das sind jetzt nicht die spannendsten Folgen, gebe ich auch zu. Aber es muss halt gemacht werden. Weil so kommt natürlich auch mehr Gewinn dann dadurch rein. in das ganze System hier. Ähm. Nein, haltest du still. So wäre doch perfekt. Ja. So. Yep. Da wäre das hier die Gebung. Hier haben wir hier einfach Zentrum draus. Natürlich auch groß geschrieben. Hier Bahnhofsvorplatz. Und machen wir hier dort Platz wieder draus. Das hat man schon lange nicht mehr. So. Jetzt muss ich natürlich hier auch wieder den Weg abändern. Da kann ich wieder runterscrollen. nach Sakrib Dorf. Ändern. Oh. Lösche ich auch wieder. Da ranzubauen. Ich weiß nicht. Größer wird die Linie ja auch dann nicht mehr. Aber trotzdem. So. Zack. Zack. Vorplatz. Bibo. Feuerwache. Zack. Mal sehen. Oha. Hier hat sich auch wieder deutlich was vermehrt. Einmal da. Einmal da. Uh. Hier wird es natürlich jetzt knifflig. ein bisschen Abbriss muss sein. So. Zack. Hier machen wir. Hier machen wir Evo draus. Genau. Hier einfach wieder Dorfplatz. Hang. Hang. Hanf. Hanf ist das verkehrte. Hang. Ist deutlich besser. Ich glaube das passt besser. und hier Tal. Mann, 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 Mann. Äh. Das wäre die Straße nach Passstraße. Ich nenne sie jetzt erst mal Passstraße. Pass. hier Linie. Ach ja. Mach seh doof. Da muss man auch ein bisschen belegen, wie man die Verkehrsführung machen. Deswegen lösche ich das hier wie gehabt erst mal alles weg. Und sag Rathaus Feuerwache Hang Passstraße dann zurück. Feuerwache Bibo Seedorfplatz Hang Tal Zack Zack Ja. So sollte das auch dabei sein. Und gehen wir noch nach Mailand. Uiuiuiui. Aber gut. Kriegen wir hin. Ja. Das nennen wir Venedig Straßen weil das dann nach Venedig führt. Das nennen wir einfach Bibo Abzweig. Nehmen wir es Abzweig. Ach ja. So. Abzweig. Hier geht's weiter. Mailand Was ist das hier daneben? Schokol. Schoko Straße Das ist doch mein Name. Das machen wir auch schon lange mehr. So. Dann weiter. Bibliothek Amsterdam baut neues Rathaus. Können wir auch gleich überall mal hinschalten. Ich drücke hier mal jetzt einfach mal Pause damit das in Ruhe noch gemacht werden kann. Wie nennt man das Ganze jetzt hier? Party Straße Warum denn nicht? So. Und Nebenstraße. Man muss einfach Nebenstraße. So. Lala. Jetzt Mailand Dorf. Ändern. Löschen. 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 Lala. Dann hätten wir Venedig. Zurück. Zack. Zack. Zurück. Ivo. Zurück. Zack. Und Zack. 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 Und Dorfplatz. Und das war's. Jetzt muss ich natürlich hier noch die Straße Haltestelle benennen. Nennen wir's einfach Zentrum. So. Ja. Was noch wichtig zu erwähren wäre, schreibt noch in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Das wäre ja einmal der Alpentunnel zwischen Mailand und Zürich. Oder die Expressroute von Moskau hier bis nach Madrid zu führen. Und der Eurotunnel wäre noch zur Auswahl. So. Nächste Folge denke ich nämlich baue ich dann den ganzen Zanover, was es hier was gewählt wurde. Von daher nutzt die letzte Chance noch und dann würde ich sagen, bis denn dann zur nächsten Folge. Euer Prisos.